A bis AL, AU bis BR, DS bis DA, DB bis EZ, FA bis EZ, HA bis LX, L Y bis L O, N P bis Q A, da kennt man ja seinen eigenen Namen nicht mehr. N P bis Q A, L Y bis L O, Niemann. Buchstabieren Sie bitte. N I E M A Doppel N, Biocode 2830417-8. Ich habe Zugang zu allen Dokumenten der Stufen 1 bis 8. Details besprechen Sie bitte mit dem Humanpersonal. Danke. Schön. Ja. 9 Uhr 27? 9 Uhr 27. Ich bin Niemann, Norbert Niemann. Haben Sie Ihren Code? Ja, natürlich. Bitte. Welche Auskunft benötigen Sie? Welche Auskunft? Ich benötige ja verschiedene. Bitte? Sie sehen, unser Archiv ist groß. Bedienen Sie sich. Wo wollen Sie anfangen? A A, A B, A C oder Unterniemern? Gibt es sicher auch ein paar Millionen. Ein paar Millionen? Ja, natürlich. Und dann die mit einem N und die ohne E und die mit Y? Ja, Sie haben recht. Also bitte? Sagen Sie mal, kennen Sie Ihre Eltern? Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Großeltern, die Urgroßeltern? Nein. Wozu auch? Ich weiß nicht. Mich interessiert es auf einmal. Ich komme von dem Gedanken nicht mehr los. Ihren Code bitte noch einmal. Ja, natürlich. Also, ich kenne meine Eltern. Ich bin ganz normal gezeugt worden. Ich will sagen, so wie es im Biologiebuch beschrieben wird, am Anfang in den historischen Kapiteln. Gratuliere! Ja, das war damals so ein Forschungsprogramm. Wissen Sie, alles ganz natürlich. Die wollten entdecken, ob wir dann besonders enge Beziehungen zu Vater und Mutter haben. Und? Weiß ich nicht. Meine Mutter ist dann gestorben und mein Vater, der ist anscheinend auch gestorben. Jedenfalls war er auf einmal nicht mehr da. Und jetzt glauben Sie, Sie finden ihn hier, im Archiv für Biostatistik. Naja, ihn oder seinen Vater. Die Menschen können doch nicht einfach sterben und verschwinden. Da muss doch irgendwas bleiben. Kommen Sie mal. Hieß Ihr Vater auch? Niemand. Hat er auch einen Vornamen gehabt? Oder kennen Sie seine Codenummer? Vladimir, glaube ich. Sie haben immer Vladi zu ihm gesagt. Oder so ähnlich. Niemand, Vladimir. Niemand, Vladimir. Niemand, Vladimir. Den kann ich eine halbe Stunde so weiterreden lassen. Alles Vladimir Niemands. Alles Vladimir Niemands. Und einer davon ist dann mein Vater. Eben. Haben Sie sonst Informationen über ihn? Sterbedatum? Ich sage doch, er war eines Tages nicht mehr da. Geburtsdatum, Adressen, seltene Krankheiten. Er hatte ein grünes und ein graues Auge, wenn das eine seltene Krankheit ist. Gibt es da ein lateinisches Wort für oder ein griechisches? Weiß ich nicht. Dann kommen wir damit nicht weiter. Schade. Ich hätte Ihnen gerne geholfen. Ich heiße Belinsky. Jessie Belinsky. Da gibt es nur ganz wenige. Irgendwie haben die anderen Belinskys ihre Töchter nie Jessie genannt. Ich habe ihn nur als alten Mann in Erinnerung. Vielleicht lebt er auch noch. Ich habe hier nur die Toten. Meinen Sie? Ich war beim Centcom, aber da habe ich nichts erfahren können. Jeder kann mit seinem Leben machen, was er will. Wie mein Vater verschwunden ist, damals, da haben Sie alle immer auf mich eingeredet, er ist tot, er ist tot. Aber das klang so falsch, wissen Sie? Als Kind spürt man das. Haben Sie es einmal in den alten Vierteln versucht? Nein. Das wird Ihnen vielleicht nicht erspart bleiben. Und ich hatte gedacht, bei Ihnen komme ich weiter. Wie war Ihr Name? Jessie Belinsky. Tja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Zehn Uhr zwei. Zehn Uhr zwei. Niemand Norbert. Code 2830417-8. Botaniker mit Arbeitserlaubnis. Psychisch labil. Versucht wohl, sich seiner Identität durch die Suche nach biologischen Vorfahren zu versichern. abwartend im Auge behalten. Sie betreten unser alten Viertel. Sie betreten unser alten Viertel. Bleiben Sie geduldig. Bleiben Sie geduldig. Erinnern Sie sich an Patrick? Nein. Sie müssen sich doch an Patrick erinnern. Da bist du ja endlich Mike. Nein, ich bin nicht Mike. Ich bin niemand. Es ist doch egal, ob du Mike bist oder niemand. Du bist doch mein Sohn. Du musst mitkommen. Ich wohne im Luftschloss. Nein, ich muss ins Haus Nordpol. Ja. Ja. Sehen Sie. Sehen Sie, ich habe recht gehabt. Hier ist das Luftschloss. Ich gehe nie weit weg davon. Sonst findet man den Weg nicht mehr zurück. Hey. Gehen Sie doch nicht einfach weiter. Eins und drei. Eins und zwei. Eins und zwei. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich wohne doch im Luftschloss. Ich muss schon im Luftschloss. Lass Sie mich doch in Frieden. Also, danke schön. Ich finde den Weg schon allein. Ach, gehst du schon wieder, Mike? Ja, ja, ich habe zu tun. Oh, komm. Oh, komm. Nordpol. Nordpol. Komm, komm. Nordpol. Da kommt keiner lebend raus. Komm, Mike, ich zeig dir mein Haus. Ich muss wirklich gehen. Oh, mein Gott. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Herr Wink, ich habe die engste Beziehung vom Zentrum. Ich war im Zentrum. Nein, ich war. Ich war. Lassen Sie rein. Sie lassen Sie sonst nie in Ruhe. Sie holen mich hier raus. Nicht wahr? Ich bin überhaupt noch nicht in der vierten Altersgruppe. Man hat mich hierher gebracht, aber das war ein Irrtum des Computers. Glauben Sie ihr nicht, mein Herr? Niemand. Norbert Niemann. Ja, ja, da sind Sie hier richtig. Niemand wie Nosek. Das ist mein Name. Nosek wie Nordpol. Ich suche meinen Vater, Wladimir Niemann. Warum sagen Sie Ihnen das nicht gleich? Ich kenne ihn gut. Der lebt in der vierten oder fünften U-Etage. Hier gibt es überhaupt keine U-Etagen. Aber ich kenne ihn doch. Niemand, sagten Sie? Ja, Wladimir Niemann. Ja, ja, da gab es mal einen. Ich kann mich an ihn erinnern. So ein trübsinniger, dunkler. Der ist gestorben. In dem langen Winter seiner Zeit. Ich habe ihn doch gestern noch gesehen. Oder neulich. Niemand. So ein trübsinniger, dunkler. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie mich hier herausholen, dann werde ich... Hören Sie nicht auf die Neri. Sie... Verstehen Sie? Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ich sollte vielleicht besser zur Verwaltung gehen. Das Büro ist nur zeitweise besetzt. Wir brauchen doch niemanden. Wir kommen selbst zurecht. Wir kommen selbst zurecht. Wir kommen selbst zurecht. Aber der Wladimir Niemann ist gestorben. Man könnte meinen, Sie wären dabei gewesen. Ich erinnere mich doch ganz genau. Wir haben zusammen Schach gespielt. Können Sie sich an seine Augen erinnern? An seine Augen? Nein. Er trug immer diese dunkle Brille. Wir haben immer Remis gespielt. Wollen wir eine Partie spielen? Seit mein Partner nicht mehr da ist, habe ich keinen mehr. Belästigen Sie ihn doch nicht. Gehen Sie doch in Ihr Haus, Nosek. Wenn Sie meinen... Sagen Sie, wann ist denn hier jemand in der Verwaltung? 11.44 Uhr, Herr Nosek. Hier gibt es keine Zeit. Friedlichen Tag. Niemann, ich zeige Ihnen etwas. Die alte Neri, Sie kann es nicht lassen. Sie kann es nicht lassen. Der Niemann ist nicht gestorben. Sie haben ihn geholt. Ein Wladimir Niemann? Ja, natürlich. Ich werde es Ihnen beweisen. Aber Sie müssen mich hier rausholen. Nein, ich bin erst in der dritten Altersklasse. Da darf man mich noch gar nicht hierher schleppen. Das wird ein Irrtum des Zencom sein. Ja. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. Sie haben wirklich einen Wladimir Niemann hier im Haus gehabt? Natürlich. Envy Nordpol. Da muss er doch hier sein. Gefällt Ihnen meine Koje? Mhm. Die Fernsehwand und das Fenster. Mhm. Ich habe über 300 Aussichten. Lassen Sie nur die. Ich mag Novemberstimmung. Im Frühjahr? Oder haben Sie schon Sommer? Schauen Sie, das ist mein Gedächtnis. Ich war einmal Zeichnerin. Aber dann haben Sie mich hierher gebracht. Aber ich habe weitergearbeitet. Ich habe von jedem ein Porträt gemacht. Von allen, die hier im Haus sind. Sehen Sie? Sie sind eine Künstlerin. Gutes Handwerk. Kunst gibt es schon lange nicht mehr. Nedia. Nedia. Niedowitsch. Niederhofer. Niederhofer. Neganovitsch. Näher. Nelich. Alle tot. Sehen Sie? Hier mache ich immer ein kleines Kreuz auf das Blatt. Ah ja. Nemetsch. Nellen. Nevart. Nenut. Neuburger. Das ist meine Galerie. Nikot. Nielsen. Der habe ich an jedem Finger einen Ring gemalt. Weil sie immer von dem Schmuck geträumt hat, den sie mal besessen hatte. Ah ja. Und das ist Norwich. War mir so widerlich. Da habe ich ihn in einen Kübel mit Quallen gesetzt. Der hat immer behauptet, er sei Kapitän gewesen. Hier. Gwanda und Neid. Die waren immer zusammen. Darum sind sie auch auf einem Blatt. Und da sind die Kreuze. Wunderschön, Frau Neri. Und Sie haben wirklich den Wladimir Niemann... Natürlich, wenn ich es doch sage. Wie finden Sie den, Nazarro? Ja, Efeben und blumige Nymphen können Sie ja nicht erwarten in den alten Vierteln. Natürlich nicht. Wladimir Niemann. Da ist er. Ja. Ja, er ist es wirklich. So hat er ausgesehen. Er hatte ein grünes und ein graues Auge. Tja, sowas vergisst man nicht. Und ein paar Tage, nachdem ich ihn gezeichnet habe, war er verschwunden. Sie haben ihn geholt. Lebend. Ich habe es gesehen. Und darum ist ja auch kein Kreuz auf seinem Blatt. Wissen Sie noch, wann das war? Nein. Zehn oder fünfzehn oder zwanzig oder... Ich weiß es nicht mehr. Weil sich hier nichts verändert, verliert man den Zeitbegriff. Es ist, wie wenn er mich anschaute. Und es ist eine künstlerische Technik. Hat nichts mit Metaphysik zu tun. Sie haben ihn mit einem Strauß Blumen gemalt. Hat er Blumen gemocht? Das sind Immortellen. Er hat mir das mal gezeigt. Der hatte so eine Dose. Da waren Immortellen drin. Immortellen? Kennen Sie nicht, nein. Das sind Strohblumen, Trockenblumen, die nicht verwelken. Und die hat er in einer Dose gehabt? Ja. Einmal hat er sie mir gezeigt. Und da habe ich gesagt, eine sentimentale Erinnerung, Herr Niemann. Und da hat er geantwortet, nein, keine Erinnerung, ein Schibollet. Aha. Ja, ein Schibollet, das hat er gesagt. Was auch immer das ist. Und dann hat er gesagt, ich habe es von meinem Vater. Der hat es mir gegeben, bevor er verschwunden ist. Auch verschwunden? Wie Vladi. Ja, ja. So hat er es damals gesagt. Und dann ist er irgendwie nachdenklich geworden und hat angefangen, eine von diesen Immortellen in der Dose zwischen den Fingern zu zerreiben. Die waren ja ganz trocken. Das hat dann so einen gelblichen Staub gegeben. Kennen Sie Dr. Melvin? Nein, wieso? Dr. Melvin? Der Name sagt mir nichts. Aber Sie haben versprochen, dass Sie mich hier herausholen, Niemann. Das haben Sie doch versprochen. Ja, ja. Aber Sie werden keins von diesen Bildern bekommen. Das sind meine. Meine. Ja. Von jedem, der hier eingesperrt gewesen ist, habe ich eins gemalt. Jewinski. Schauen Sie sich den mal an. Fällt Ihnen das auch? Nein, aber dieser Dr. Melvin, wieso fragen Sie mich nach ihm? Melvin? Nein. Der hat nie hier gewohnt. Sie haben mich doch eben nach einem Dr. Melvin gefragt. Ich? Dr. Melvin? Nie gehört. Melvin. Irgendwie im Zusammenhang mit Wladimir Niemann. Also tut mir leid. Vielleicht habe ich von Melvin gesprochen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich gehe auf eine Dämmerphase zu. Kennen Sie das? Nein, aber ich weiß, dass es das gibt. Melvin. Sagt Ihnen das wirklich nichts? Man wird so angenehm ruhig dabei. Die ganze innere Spannung ist plötzlich weg. Wie wenn man in einem großen grünen Meer treibt. Die anderen sind alle ganz leise und ganz weit weg. So müsste es dann immer sein. Ich mache es eine andere Aussicht. Ja? Ja. Sehen Sie das Meer. Nichts als Himmel und Meer. Darf ich das Bild von Wladimir Niemann noch einmal sehen? Ja, ja. Er hat immer mit mir hier vor der Aussicht gesessen. Aussicht ist besser als Fernsehwand, wissen Sie? Und dann haben wir aufs Meer hinaus geschaut. Bis zu dem Tag, an dem er gestorben ist. Gestorben? Vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten ihn abgeholt. Abgeholt? Nein. Gestorben. Wie Noletta. Der da. Ist langsam verloschen wie eine Kerze. Und niemand? Der ist an einem 19. Dezember gestorben. Das Meer war rau. Und die Wellen... Und warum hat er dann kein Kreuz auf dem Bild? Hat er doch. Hat er doch. Schauen Sie doch mal genau hin. Schauen Sie da, in den kleinen Blüten von seinen Immortellen. Sehen Sie es? Ja. Ja, in jeder ein winziges Kreuz. Gehen Sie jetzt, gehen Sie. Ich will allein sein. Dankeschön, Frau Ney. Dankeschön. 12.41 Uhr. Friedlicher Tag. Buchstabieren Sie bitte. N-I-E-M-A-N-N-Bio-Code 2830417-8. Ich habe Zugang zu allen Dokumenten der Stufen 1 bis 8. Details besprechen Sie bitte mit dem Humanpersonal. 16.27. 16.27. 16.27. Ich war neulich schon einmal hier, wegen Nachforschung über meinen Vater. Niemand. Wladimir Niemann. Ja. Ja, ich erinnere mich. Haben Sie jetzt biografische Details? Ich glaube, ja. Gibt's das auch noch? Leute, die Ihren Vater suchen können? Ja. Ich gehöre dazu. Na sowas. Ich komme aus der Zentrale für positive Genetik. Da hat man solche Probleme nicht. Alles Physiologie. Und was bringt Sie dann hierher, wenn man fragen darf? Niemand, im Übrigen. Dantec. Ich mache was über die Häufigkeit von historischen Familiennamen. M bis O. Manche Namen verschwinden auf einmal. Und niemand weiß, warum. Also, ich mache dann weiter, Frau Belinsky. Maillieu, Brenda, 17.04.2089 bis 12.09.2091. Hören Sie, niemand. Wladimir Niemann. Ich habe jetzt einen Todestag. Und das Jahr? Habe ich nicht. Ein 19.12.2080. Irgendwann in den letzten 20 oder 30 Jahren. Niemann, 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 Wladimir, 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 Wladimir. Einer aus den alten Vorten hat ihn gekannt, in der vierten Stufe. In den letzten 150 Jahren ist kein Wladimir Niemann an einem 19. Dezember gestorben. Aber es hat ihn doch gegeben, mein Vater. Sie hat mir ein Bild gezeigt. Er hatte ein grünes und ein graues Auge. Das erfindet man doch nicht. Ein Bild? Ja, diese Frau hat Porträts gemalt. Von allen, die sie gekannt hat. Ganz realistische Bilder. Mein Vater hat einen Strauß im Hortellen in der Hand. Im Hortellen? Ja, wieso? Na ja, ist doch interessant so, ein Strauß im Hortellen. Außer gewöhnlich. Das sei ein Schibollet, hätte er gesagt. Was Frauen so erzählen, wenn sie im alten Viertel sind. Dantec, sind Sie durch mit dem Programm? Ja, gleich, gleich. Nicht viel Interessantes dabei. Sie war eigentlich ganz klar. Sie hat mir sogar... Wo sind Sie denn? Moskera, Mossab, Mossack. Oh, ich dachte, Sie wären erst bei ME. Ich sagte, sie hat mir einen ganzen Stoß Bilder gebracht. Aber dann hatte sie plötzlich eine Dämmerphase. Da werden Sie mit dem M vielleicht heute fertig. Ja, vielleicht. Sie hat von irgendeinem Dr. Melvin gefaselt. Durchgeschmort. Verdammter Schutt. Ja, sowas passiert. Da sind Sie für heute fertig mit der Arbeit. Und haben Sie kein Ersatzgerät? Jesse. Nein. Oder geben Sie mir einen Ausdruck. Ich schaue mir die Sachen dann am Tisch an. Nein. Aber Jesse... Dazu brauchen Sie einen Sonderpermit, Herr Dantec. Haben Sie das? Da kann ich ja wohl gehen. Und Sie können sich dann ganz Herrn Niemann widmen. 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. 18.30 Uhr. Ja, jetzt geht er ja wieder. Ja, jetzt geht er wieder. Wem, Gustav, Gustav... Soll ich Dantec zurückrufen? Nein! 18.10.2078 bis 19.04. Dann ist das ja gut. Hat Sie wirklich von einem Dr. Melvin gesprochen? Ja? Dann vergessen Sie die ganze Geschichte am besten möglichst sofort. Wieso? Ich weiß es nicht und ich habe auch nichts gesagt. Okay, okay. Reden wir von was anderem. Sind Sie an Sinnlichkeit und so interessiert? Nicht besonders. Ich meine, manchmal kommt darauf an. Suchen Sie Kontakte? Aber immer nur spontan. Ich habe eine 70er-Kurie im 23er-Block. Bis heute Abend dann. 17.41 Uhr. 17.41 Uhr. Melvin David. 17.03.1961 bis... Melvin David. 17.03.1961 bis... Melvin David. 17.03.1961 bis... Mein Gott, Niemann. Das sind ja echte Fenster. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wem ich die verdanke. Und das soll ich glauben? Kommen Sie doch in die Videomulde, Jessica. Wenn Sie meinen. Siezen Sie sich oder duzen Sie sich bei Spontankontakten? Mir ist es egal, aber ich finde, dass Sie bringt noch so einen kleinen Touch dazu. So was Verbotenes, ja? Mhm. Schön gemütlich bei Ihnen. Und Sie haben so eine aufregende Perücke. Serafin, bring uns was zu trinken. Und einen Home-Robbie. Das kann ich mir als Archivare nicht leisten. Was machen Sie denn? Alkoholische Getränke und nicht-alkoholische Getränke? Dienen Sie sich bitte. Oder soll ich einen Kokanjag servieren? Wir sind zu zweit, Serafin. Entschuldigung. Also zwei Kokanjag. Schauen Sie mal draußen. Die Wolken bewegen sich richtig. Bitte sehr. Servieren ist das Einzige, was er noch kann. Die anderen Funktionen sind alle ausgefallen. Früher hat er die ganze Kurienordnung gehalten. Aber reden wir nicht von Serafin. Kommen Sie ein bisschen näher, Jessica. Jesse. Wollen Sie diesen Roboter nicht rausschicken? Die Linsen stören mich. Wie Klubsch-Augen eines Voyeurs. Mir fällt es gar nicht mehr auf. Serafin? Jesse? Ich schließe mich an die Energieform. Ja, ist ja schon recht. Jesse, Sie haben so schöne Augen. Ich habe es gleich beim ersten Mal gemerkt. Und Jesse, das passt so gut zu Ihnen. Jesse. Gut. Und jetzt erzählen Sie mir alles, was Sie über die Immortellen wissen und über Dr. Melvin. Jesse, wir hatten uns doch zu einem Spontankontakt verabredet. Bleiben Sie doch in der Mulde. Von mir aus. Aber Sie sollen endlich mit der Sprache rausrücken. Sie können mir doch nicht weismachen, dass Sie nur so ganz zufällig über Melvin und die Immortellen daherreden. Ich suche meinen Vater, weil mich das interessiert. Es würde meinem Leben eine ganz neue Richtung geben, wenn ich ihn fände. Meinen wirklichen Vater. Und Sie sind zufällig auf diesen Namen gestoßen, Melvin? Ich schwöre es Ihnen. Und auf dem Bild Ihres Vaters war ein Strauß mit Immortellen. Immortellen. Heli-Chrysum. Ich habe inzwischen sogar im Lexikon nachgeschaut. In welchem alten Viertel war denn das? Ich erzähle nichts mehr, Jesse. Jetzt sind Sie dran, oder? Aber ich war doch zu spontanen Kontakten hierher gekommen. Niemand. Können Sie auch haben. Jesse, Sie haben so schöne Augen. Ich habe es gleich beim ersten Mal bemerkt. Und Jesse, das passt so gut zu mir, ja? Ehrlich. Ach, Sie. Darf ich näher kommen? Ich erzähle Ihnen stattdessen eine Geschichte. Also, im 20. Jahrhundert oder im 21. Da entwickelte ein Mediziner einen Wirkstoff, der den menschlichen Alterungsprozess aufhält. Das haben tausend andere auch erfunden. Tausend Scharlatane. Aber der Stoff des Dr. Melvin funktionierte. Die Menschen hörten auf zu altern, blieben einfach immer 60 oder 70. Und sterben? Nee, natürlich nicht. Wenn Sie ein Auto überfahren hat, dann waren Sie tot. Oder Sie starben an einer Infektionskrankheit. Aber Ihr Körper blieb immer jung und widerstandsfähig. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Eben. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er auch noch heute. Dr. Melvin. Und hat seinen Stoff. Das stimmt doch alles nicht, Jessie, was Sie da erzählen. Sie wollen mir ein Märchen erzählen, um mich in die richtige Stimmung zu bringen. Was glauben Sie denn eigentlich, warum dieser Dantek wochenlang im Archiv für Biostatistik hockt? Der ist auch auf der Suche nach Melvin. Dantek? Ich habe ihm sein Gerät kurz geschlossen, dass er endlich abhaut. Und nicht noch den Rest von Ihrer Geschichte mithört. Und was haben die Immortellen mit diesem Melvin zu tun? Wissen Sie, was Immortelle heißt? Nein. Die Unsterbliche. An den Immortellen erkennen Sie sich. In den alten Papierakten findet man manchmal so eine Blume. Und dann können Sie sicher sein, dass das Sterbedatum fehlt oder gefälscht ist. Es fällt mir ziemlich schwer, das alles zu glauben. Das Ganze ist ein Staatsgeheimnis, das Sie es wissen. An Ihrer Stelle würde ich den Mund halten. Noch ein Kokagnac? Nein, danke. Sie wollen doch nicht gehen. Und ob ich das will. Ich bin keine Frau für Spontankontakte. 22.11 Uhr. Moment, ich bin ganz durcheinander. Jesse, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ihren Vater vergessen. 22.12 Uhr. 22.12 Uhr. Die Dame ist wiedergegangen. Was du nicht sagst. Gieß mir noch einen Kokagnac ein. Dann setze ich zu mir und leiste mir. Wer sind denn Sie? Wie kommen Sie hier herein? Wir vom Bürgerschutz haben so unsere Methoden. Wem darf ich melden? Dem Ding drehe ich den Strom ab. Was fällt Ihnen ein? Niemand, Norbert. 28.30.4.17.8. Kommen Sie. Ihr Eindringen ist völlig ungült. Wohin wollen Sie mich bringen? Sie werden im Ministerium für Bürgerschutz einige Fragen beantworten. Gar nichts werde ich. Auch da haben wir unsere Methoden. Ist. Im Psychoblock. Los jetzt. Fö. Licht. Und. G. Sitz. Licht. Acht Uhr zwanzig. Acht Uhr zwanzig. Na wachen Sie schon auf, Niemann. Bitte? Sie sollen aufwachen. Tue ich ja schon. Kaffee? Tee? Wir haben Sie hoffentlich wieder hingekriegt, Niemann. Sie waren auf dem Weg zu einem totalen Identitätsverlust. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wie sind Sie auf die Melvin-Affäre gestoßen? Ich bin überhaupt nicht auf die Melvin-Affäre gestoßen. Ich suche meinen Vater. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Ich protestiere dagegen. Lassen Sie das, das ist ohne Chance. Sind Sie eigentlich blind oder stellen Sie sich nur so? Sie werden es ja wissen. Nein? Das haben wir bei unseren Tests leider nicht feststellen können. Sie hat einen ganz schönen psychischen Panzer. Früher nannte man das dickes Fell. Bitte schön, Sie können gehen. Unterschreiben Sie hier, dass Ihnen keine Gewalt angetan wurde, dass Ihnen keine ungesetzlichen Fragen gestellt wurden und so weiter und so weiter. Und was sollte das Ganze? Wir wollten erfahren, wie viel Sie wissen. Worüber? Aber offenbar wissen Sie nicht viel. Das Archiv für Biostatistik wird Ihnen eine Todesurkunde für Ihren Vater ausstellen. Eine Todesurkunde? Was haben Sie denn erwartet? Ja. Dankeschön, Herr... Pertini. Herr Pertini. 8.31 Uhr. 8.31 Uhr. Heute ist ein schöner Tag. Die Sonne glänzt im Osten. Haben Sie es gehört? Sie sagen, dass heute ein schöner Tag ist. Ja. Immer ein schöner Tag. Sie haben mir hier 823.000 gesetzt. Immer. Hab ich immer gemacht. Großmarin. Großmarin. Das ist das schönste Wort der deutschen Sprache. Sie sind wissenschaftlich nachgewiesen. Hyperboreal. Hyperboreal. Mike, Mike, ich bin zu glänzlich einmal wieder da. Ja, natürlich. Ich muss doch mal wieder nach Ihnen sehen. Lassen Sie doch den Herrn in Frieden. Ich weiß genau, dass es Ihren Mike überhaupt nicht gibt. Doch, doch, natürlich gibt es ihn. Sie werden sehen, er kommt und er holt mich hier raus. Ich suche Frau Neri. Er suche Frau Neri. Ich habe ihm meinen goldenen Mondstein geliehen. Sie hat ihn mir nie wieder zurückgegeben und jetzt ist sie tot. Sie ist nicht tot. Sie ist in der fünften Stufe. Es ist doch kein Unterschied. Frau Neri ist also nicht mehr hier? Nein, Sie haben sie weggebracht. Aber sie muss es geahnt haben. Oh, niemand kann es vorher wissen. Wie hat sie es geahnt? Ich weiß es nicht, aber sie hat mich ein paar Tage vorher zu sich gerufen und mir ihre Habseligkeiten zum Aufbewahren gegeben. Und Sie haben alles aufgehoben? Natürlich. Irgendwann wird doch Rechenschaft von mir verlangt. Gott ist nah. Sie hatte so eine schöne Sammlung von Bildern. Oh, interessiert Sie das auch? Es war ein Bild meines Vaters dabei. Ich könnte Ihnen die Bilder verkaufen. Aber Sie müssen mich hier rausbringen. Kommen Sie. Und mich lassen Sie allein. Mich lassen Sie immer allein. Laufband funktioniert nicht. Nie funktioniert hier irgendetwas. Nichts, nichts. Können Sie sich an einen Wladimir Niemann erinnern? Nein, nie gehört. Sollte er hier gewesen sein? Er hat Schach gespielt. Er trug immer eine dunkle Brille. Seine Partien endeten immer Remis. Nein, ich sag mir nichts. So, hier ist meine Kurie. Die Fernsehwand und das Fenster. Ja. Ich habe über 300 Aussichten. Und Frau Neri hat Ihnen diese Bilder gegeben? Ja, natürlich. Hier. Sehen Sie? Es ist eine wertvolle Sammlung. Eins der Bilder habe ich schon verkauft. Welches? Für 10 Konsumunits. Erinnern Sie sich an das Bild? Nein. Es war ein Herr, er interessierte sich für Blumen. Für gemalte Blumen. Und da habe ich ihm eins für 10 Konsumunits verkauft. Frau Neri, wird das egal sein. Ein Blumenstrauß? Ja, ja. Ein Mann mit einem Blumenstrauß. Kein schönes Bild. Er hatte irgendwie ein unregelmäßiges Gesicht. Oje. Ja, danke schön für Ihre Mühe. 14.40 Uhr, Herr Nerset. Aber Sie haben sich die Bilder ja gar nicht alle angeschaut. Ich hätte Ihnen einen Preis gemacht. Nichts, wieder nichts. Am Ende ist man immer wieder allein. L-Y-M-A-N-N-N-Bio-Code 283417-8. Todesurkunde für... Die Preise, besprechen Sie bitte mit dem Umar-Personal. 9.55 Uhr. 9.55 Uhr. Ich war lange nicht mehr hier. Nein, das waren Sie nicht. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte eine Sterbeurkunde für meinen Vater. Schon gut, ich weiß. Aber anfangen können Sie damit nichts, das wissen Sie. Natürlich. Niemand Wladimir, 4.05.2103 bis 11.03.2217. Den Rest können Sie sich ausdrucken lassen. Danke, ja. Sie waren doch der Spezialist für Holzpapiere des 20. Jahrhunderts. Bitte? Kommen Sie schnell, ich habe einen Moment Zeit. Ja, ich... Ich zeige Ihnen etwas in den Tief-Tief-Etagen. Hier ist der Rapit-Fahrstuhl. Aha, aha. Hier gibt es keine Kameras und keine Mikrofone. Das war im Etat nicht mehr drin, oder? Sie haben das vergessen. Hören Sie zu, niemand. Das ist eine falsche Urkunde. Es gibt keinen Beweis, dass Ihr Vater gestorben ist. Die Daten hat der Centcom übermittelt. Haben Sie noch etwas erfahren? Weiter nichts bis jetzt. Aber ich bin dabei, etwas herauszufinden. Wenn man hunderte von Millionen Namen hat und Milliarden von Daten, dann muss man nur lange genug suchen und dann findet man auch etwas. Nicht Ihren Vater, aber vielleicht das Geheimnis des unendlichen Lebens. Leben, solange man will. Nicht diese paar Jahrzehnte in einem Archiv und dann noch ein paar Jahrzehnte in den alten Vierteln. Nein. Ein Leben, das sich in eine grenzenlose Zukunft öffnet. Ewiges Leben. Das klingt wie bei einer Sektenpriesterin. Hören Sie zu, niemand. Ich habe ein paar hundert Personen gefunden, bei denen die Todesdaten offensichtlich falsch sind. Einfach eingesetzt, damit die Statistik stimmt. Und wo sind diese Menschen? Fragen Sie Ihren Vater. Sie meinen, er lebt irgendwo? Vermutlich. Die Immertellen des Dr. Melvin. Und Sie wollen mir helfen, ihn zu finden? Warum? Damit Sie mir helfen, Dr. Melvin zu finden. Und dann? Dann wird er mir sein Geheimnis verraten. Sie spinnen, Jessie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Haben Sie Zeit, mit mir nächstens eine Reise zu unternehmen? Können Sie mir erklären, wohin wir fahren? Ich bin seit Jahren nicht mehr aus den bewohnten Sektoren herausgekommen. Ja, Sie reden immer von Rekultivierung da draußen. Da ist vermutlich nichts mehr zu rekultivieren. Wenn man denkt, früher gab es Wiesen und Felder, es gab Wald und jetzt nur noch Städte. Also, wo fahren wir hin? Ich habe mich für Altersstatistik interessiert. Durchschnittliche Lebenserwartung, Alterspyramiden, Umweltfaktoren, das ganze wissenschaftliche Zeug eben. Es gibt ein paar Stellen im Land, die völlig aus der Statistik rausfallen. Da, wo die Atomkraftwerke standen und über den Endlagern, ja? Natürlich, die liegen unter dem Schnitt. Aber wir fahren dorthin, wo sie über dem Schnitt liegen. Das gibt es auch. Der Zirkel Malmaison ist eine Gemeinschaft der Stille. Nehmen Sie bitte nur in aller dringlichsten Angelegenheiten Kontakt mit uns auf. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Der Zirkel Malmaison ist eine Gemeinschaft der Stille. Nehmen Sie bitte nur in aller dringlichen Angelegenheiten Kontakt mit uns auf. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind eine Gemeinschaft der Stille. Wir möchten für uns bleiben. Ich bin Jessie Belinsky. Ich habe einen Auftrag des Archivs für Biostatistik. Vom Zentkom bestätigt. Das ist Norbert Niemann, mein Assistent. Ich bin 247. Ihr Besuch ist uns angekündigt worden. Ich bitte Sie, innerhalb des Zirkels Malmaison alles zu unterlassen, was zu einer Störung unserer Gemeinschaft der Stille führen kann. Folgen Sie mir. Wer andere kennt, ist klug, wer sich kennt, ist weise, wer andere bezwingt, ist kraftvoll, wer sich selbst bezwingt, ist unbezwingbar, wer sich zu begnügen weiß, ist reich, wer sich durchsetzt, ist willenstark, wer sein Wesen nicht verliert, wird lang, wer dahingeht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Das ist das Zentrum des Zirkels, unser Gemeinschaftsraum. Wir verbringen unsere Tage mit Singen und Meditieren. Wer dahingeht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Warten Sie hier auf 413. Ich kehre wieder in meine Meditation. Haben Sie solch einen Menschen schon einmal gesehen? Nein. Er spricht, als ob er schon längst gestorben wäre und er geht wie ein Automat, wie eine Maschine. Ich bin 413, ich fürchte, wir können nichts für Sie tun, wir sind eine Gemeinschaft der Stille. Das Archiv hat die Altersstatistik der letzten 150 Jahre aufgearbeitet und hier im Gebiet eine ganz überdurchschnittliche Langlebigkeit festgestellt. Dann haben wir Ort für Ort vorgenommen und Viertel für Viertel und jetzt sind wir hier. Unsere Gemeinschaft lebt sehr ruhig, das könnte einiges erklären. Sagt Ihnen der Name Dr. Melvin etwas? Nein. Als erstes werden wir die persönlichen Daten aller hier Lebenden einsehen. Daten, so etwas werden Sie hier nicht finden. Wir sind eine... Gemeinschaft der Stille, ich weiß, ich kann es nicht mehr hören. Sagen Sie uns, wo Dr. Melvin ist und wir lassen Sie in Ruhe weiter meditieren. Melvin ist seit 100 Jahren tot, wenn es ihn je gegeben hat. Es hat ihn gegeben und es gibt ihn vermutlich auch noch. Wer das Leben ohne Tod erfindet, der schließt sich nicht selbst davon aus, 413 oder wie immer Sie heißen. 413 in der Tat. Unser persönliches Schicksal haben wir aufgegeben. Wir werden nicht nachlassen, 413. Wir auch nicht. 17.09 Uhr niemand. 17.09 Uhr, Pertini. Vom Bürgerschutz. Sie waren gewarnt, niemand. Danke, dass Sie gekommen sind, Pertini. Die beiden haben große Unruhe in den Zirkel Malmaison gebracht. Bring die Dame weg. Wir haben nichts Ungesetzliches getan. Das wird sich herausstellen. Ich lasse mich... Sie wollen doch nicht, dass wir Gewalt anwenden. Ich geleite Sie in die Zelle für stille Meditation. Wer andere kennt, ist klug. Wer sich kennt, ist weise. Wer sich zu begnügen, weiß, ist reich. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Kommen Sie. Ja, ja, ja. Da haben Sie die Immortellen von Malmaison also gefunden, niemand. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, aber dies hier ist ein ziemlicher Albtraum. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Fangen Sie jetzt auch damit an, Pertini. Keine Sorge. Ihnen ist mit Weisheit nicht beizukommen. Und jetzt hören Sie mal zu. Sie wissen, was Melvin entdeckt hat vor 150 Jahren. Ja, das weiß ich. Aber Sie haben sich nicht ausgemalt, was er damit für eine Katastrophe angerichtet hat. Beinahe. Er war dabei, das Zeug zu kommerzialisieren. Er hätte den Staat in eine Gesellschaft von Zombies und Mumien verwandelt. Das sind wir sowieso. Wir konnten nicht anders handeln. Melvin mussten wir jagen und seine Kunden oder seine Opfer, wie Sie das auch nennen wollen, unter Kontrolle halten. Und so ist der Zirkel von Malmaison entstanden, eine Gemeinschaft der Stille. Sie sind also einer von diesen Unsterblichen? Nein, Unsterblich hat Melvins Behandlung nicht gemacht. Irgendwann sterben wir auch, 100, 120 Jahre später als die anderen. Aber wir altern nicht. Unser Körper und unser Geist halten nur inne im Lebensprozess. Irgendwie hält die Zeit auf. Und mein Vater? Ein hochinteressanter Fall. Er gehört zu den Kindern dieser Unsterblichen. Es gibt oder es gab nur ein paar Dutzend davon. Sie sind ein echter Enkel. Auch ein höchst interessanter Fall. Ist mein Vater hier? Nennen Sie ihn 309. Den Namen kennt er. Ich wollte immer meinen Vater wiederfinden. Jetzt bin ich kurz vorm Ziel. Und Sie ihn wirklich sehen? Ja, wieso nicht, wenn er hier ist? Die Methode Melvins hat in der zweiten Generation ziemlich eigenartige Konsequenzen. Die körperliche Uhr bleibt stehen, aber der Geist geht weiter dem Ende zu. Wo ist er? 309 meditiert mit den anderen in unserer Gemeinschaft der Stille. Kommen Sie. Wer weiß, spricht nicht. Wer spricht, weiß nicht. Die Sinne verschließen, die Tore verriegen. Denken Sie daran. Dort drüben sitzt er. 309. 309. Ich bin dein Sohn, Norbert. Norbert Niemann. Du bist doch... Wladimir Niemann. Ich meine, du warst. Wladimir Niemann. Oder du bist es. 309. Da ist alles drin. Du hattest ein grünes und ein graues Auge. Du warst immer so lustig. 309. 309. 309. 309. 309. So, zufrieden? Gehen wir. Wir werden Sie vorläufig auch in eine Zelle bringen. Im Fall Melvin kann nur der Zeltkomm entscheiden. Meditieren Sie so lange. Danke für die Anregung. Ist da jemand? Die haben mich hier vergessen. Die haben mich hier vergessen. Die haben mich hier vergessen. Niemann! Wird es Ihnen nicht einsam, also ganz allein? Lassen Sie mich hier endlich raus. Sie haben kein Recht. Ruhig, ruhig. Das ist ein Ort der Stille. Waren Sie nicht der Mann an der Pforte? Ja. 247. Pforte und Gefängniswärter? Nein, eigentlich nicht. So kann man es nicht sagen. Was wollen Sie dann? Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Sie? Ich bringe Sie hier aus der Zelle bis zu Ihrem Wagen und Sie fahren mich bis in die Kapitale. Zu Fuß komme ich niemals durch die Bedlands, ohne gefasst zu werden. Und Sie sollen mich nicht kriegen. 30 Jahre war ich hier untergeschleppt, als Hobbybotaniker und als Portier. Und jetzt sind Sie wieder hinter mir her. Sie auch. Hören wir doch auf mit dem Versteckspieler. Melvin? 247, adios Melvin. Dr. David Melvin. Zufrieden? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich bringe Sie hier heraus und Sie bringen mich von Malmaison in die Kapitale. Dr. Melvin. Wie ich gehört habe, Archiv für Biostatistik. Da habe ich gewusst, was los ist. Und ein paar Stunden später der Bürgerschutz. Und Ihr Geheimnis? Eine Rezeptur. Ich habe Jahrzehnte danach gesucht. Und dann habe ich sie gefunden. Aber eher durch einen Zufall als durch wissenschaftliche Logik. Hängt zusammen mit dem Selbstzerstörungsmechanismus des Lebens, dem man stoppt. Man hält eine Uhr an und lässt eine andere weitergehen. Und Sie besitzen die Formel noch? Sie ist das Einzige, was ich noch besitze. Ich trage sie stets in diesem Gürtel. Die Natur hat für Altern und Sterben ein genetisches Programm. Und ich bin auf die Schlüsselgene gestoßen, die beim Altern ausfallen. Aber sie lassen sich reaktivieren. Die Uhr, die uns altern lässt, bleibt stehen. Und was geht dann weiter? Tja, was geht weiter? Malmaison ist vielleicht die Antwort. Wenn man mich hätte weiterarbeiten lassen. Ewige Jugend hätte ich geschaffen. Nicht ewiges Alter. Ein zweiter Faust wollte ich werden. Und was bin ich? Eine wandernde Mumie? Ein lebender Tote? Aber Sie haben doch... Nein, lassen Sie. Sie können das nicht verstehen. Sie sind jung. Wenn man alles erlebt hat, alles gelesen, alles gesehen, alle Musik gehört, immer wieder tausendmal alle Gespräche geführt, alle Landschaften gesehen, alles gesehen, alles gelesen, immer wieder von vorn. Irgendwann ist es aus. Irgendwann hat man genug gelebt. Aber man hat keine Kraft zum Sterben. Sie können sich doch... Nur wenn man Kraft zum Leben hat, hat man auch Kraft zum Sterben. Und so geht es nicht nur mir, so geht es allen. Allen den armen Toren, denen ich zum ewigen Leben verholfen habe, zur ewigen Tretmühle, zur ewigen Langeweile. Anderthalb Jahrhunderte haben Sie mich gejagt. Die einen, weil Sie die Formel für sich wollten, die anderen, weil Sie meine Erkenntnisse vernichten wollten. Aber mit Ihnen habe ich noch eine Chance. Unsere Abmacher, gute Arbeit, Jesse. Dantec, wie kommen Sie hierher? Keine Bewegung. Ich vermute Dr. Melvin. Geben Sie den Gürtel her, von dem Sie eben sprachen. Sie können mit der Form allein nichts anfangen. Es gehört ein kompliziertes Verfahren dazu. Dafür habe ich ja Sie, Dr. Melvin. Sie wollen doch nicht... Natürlich will ich. Eine goldene Gans lässt man nicht aus den Händen. Jahrelang war ich hinter den Immortellen her, immer ohne Erfolg. Und dann bin ich auf Sie gestoßen und Ihren Niemann. Ich musste Sie beide nur noch am Auge behalten. Tja, und Sie haben mich dann auch tatsächlich... Jetzt sind Sie mir die Wacke fallen. Alles in Ordnung, Jesse? Dantec, was machen Sie denn hier? Er war hinter Dr. Melvin her. Und das sind wohl Sie, 247. Ja. In meinem Gürtel ist die Formel. Die Jagd ist vorbei, Dr. Melvin. Offenbar. Wenn Menschen handeln, versagen sie meist knapp vor der Verlendung. Wer das Ende bedenkt, wie er den Anfang bedachte, der wird nichts verderben. Wenn man so will, Patini, dann haben wir Ihnen zu Ihrem Erfolg verholfen. Dr. Melvin in Ihren Händen und die Formel für ein unendliches Leben. Wollen Sie eine Belohnung dafür? Ich möchte diese Formel einmal sehen, bevor sie von Ihnen vernichtet wird. Hier. Darf ich? Bitte. Danke. Das ist alles Chemie. Chemische Formeln, davon verstehe ich nichts. Aber... Extraktum Helich Rövisi. Darin ist der entscheidende Wirkstoff. Immortellen Extra. Die übrigen Stoffe hatten nur eine unterstützende Funktion. Der Name in der Volksmedizin, Immortelle, Unsterbliche, hat mich darauf gebracht. Was ist denn niemand? Sie können diese Papiere wegschmeißen. Niemand wird diese Rezeptur mehr herstellen können. Immortellen gehören seit 30 oder 40 Jahren zu den ausgestorbenen Arten. Pech. Für Sie alle. Nein. Ich glaube eher Glück für uns alle. Die Immortellen des Dr. Melvin von Hermann Ebeling Die Immortellen des Dr. Melvin von Hermann Ebeling